Aber gleichzeitig drücken sich Geschichten halt ja immer durch uns aus. Du könntest sogar sagen, wir sind die Voodoo-Puppen der Geschichten. Das ist eine Geschichte, ein Lebewesen, das 36.000 Jahre alt ist. Also wir sind Mücken im Vergleich zu diesen Geschichten. Wenn wir es schaffen, Geschichten zu erzählen, die uns individuell und kollektiv als so verführerisch erscheinen, so aufregend, spannend, verlockend, dass wir sagen, ja, die interessieren uns mehr als, weiß ich nicht, transhumanistische Einflüsse, Technokratie, dann haben wir eine Chance, dass diese Geschichten wachsen und uns als Kultur in eine utopische Richtung bringen. Die Utopie wird sich nicht von allein einstellen. Next big thing, das up and coming theme wird Magie sein. Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und in viel Neugierde. Mir ist viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast, heute mit dem Thema Die Macht von Geschichten und das Leben in der Utopie. Zu Gast heute ist der Bernhard Reicher. Und ja, Bernhard, stell dich doch kurz vor, erzähl, was du so machst. Danke sehr. Sehr gerne. Ich bin Magier. Ich bin seit meiner Kindheit mit diesen okkulten Themen aufgewachsen, Familientraditionen, und bin selbstständig, unterrichte Magie in einer Online-Magie-Ausbildung. Das ist mein Beruf und auch gleichzeitig meine Berufung. Ich betreibe auch zusammen mit Rudolf Stark den YouTube-Kanal Reicher und Stark. Ich bin Remote Viewer, Remote Viewing-Lehrer, Schriftsteller, professioneller Märchenerzähler, Drehbuchautor. Mir wird nicht langweilig. Sehr kreativ, ja. Ich finde auch immer, wenn man so viele spannende Felder hat, dann wird es tatsächlich, wie du sagst, nicht langweilig. Und genau, die Geschichten, die Mythen, das soll ein Thema sein. Aber lass mich doch erst die etwas ketzerische Frage stellen. Wie lebt es sich in der Utopie? So, wie ich es wahrnehme, so wie Menschsein gedacht ist. Also wirklich friedlich, eingebettet, freudvoll, lustvoll, dankbar. Ja, also du beziehst dich auf dieses Zukunftsprojekt, das wir auf Crop.fm vorgestellt haben, wozu es inzwischen über 100 Sessions gab, sowohl Remote Viewing-mäßig, wo auch Stefan Franke groß dran beteiligt war, aber auch mit anderen divinatorischen Techniken sind wir dran gegangen. Und ich glaube, im Jahr 2014 haben wir begonnen. Und der erste Eindruck, den ich hatte, war, oh mein Gott, wie die Luft hier riecht. Und das schmeckt so gut. Also das ist wirklich so, werde ich nie vergessen. Das war ein Gefühl von, ach ja, natürlich, so ist das gemeint. Jetzt bin ich angekommen oder wieder da, wo ich sein soll. Das war, glaube ich, so ein ganz körperliches Gefühl. Das war wieder emotional, es war wirklich körperlich. Ein fast instinktives Gefühl von an dem Ort sein, wo es gemeint ist und auf die Weise, wie es gedacht ist und wie es mir entspricht. Und du hast das Gefühl, dass du, dein Leben, wie es jetzt ist, darauf hinausläuft, ja? Das ist, du bist auf der richtigen Zeitlinie gelandet. Ich tue sehr viel, um diese Zeitlinie zu stärken, um die Wahrscheinlichkeit dafür zu stärken. Und eigentlich ist der YouTube-Kanal Reichern stark daraus entstanden, also nicht nur, aber eine Hauptsäule von uns war es, damit diese Wahrscheinlichkeitslinie zu stärken. auch die Online-Magie-Ausbildung ist dafür gedacht, dass möglichst viele Menschen, wie soll ich sagen, die Werkzeuge kennenlernen und anwenden können, um ihr Leben selbstständig gestalten zu können, auch um ein lebenswerteres Leben hier zu verwirklichen. Je mehr Menschen das einsetzen können, umso eher werden wir dorthin kommen. Also da haben wir auf jeden Fall eine große Parallele. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr ein Human Design Reading bekommen und sie hat mir immer wieder gesagt, du willst aus der Vergangenheit lernen, um die Zukunft sicher zu machen. Das ist so ein Thema in meinem Leben. Also Problemstellungen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, analysieren, aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, Lösungen finden und das aber wiederum in die Zukunft bringen und die zu einem besseren Ort für alle auch irgendwo zu machen. Das ist auch ein bestimmendes Lebensthema und auch Teil, warum es diesen Podcast gibt. Also da bin ich durchaus im gleichen Feld unterwegs. Genau. Aber bevor wir dann auf die Utopie kommen, würde ich gerne anfangen mit Geschichten, Erzählungen, Mythen. Das finde ich nämlich auch ein unglaublich spannendes Thema und ja auch eins, was mich seit Kindertagen begleitet. Ich finde, als Kind haben wir nochmal einen ganz anderen Zugang dazu. Und das erste Mal, dass mir das so aufgefallen ist, dass Geschichten mehr sind, als Worte auf einem Papier war, als ich Fantasy-Abenteuerspiel-Bücher für mich entdeckt hatte. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Wie den Choose Your Own Adventure. Ja, du hast immer so Abschnitte da stehen und dann kannst du, je nachdem wie der Kampf jetzt mit dem Monster oder so ausgeht, kommst du dann auf den nächsten Abschnitt und die Geschichten können sich unterschiedlich entwickeln. Aber ich habe gemerkt, dass Bilder in meinem Kopf entstehen, die teilweise dann im Träumen wieder auftauchen und ja, die Geschichten wirklich so richtig zum Anfassen sind. Und ich kann diese Bilder tatsächlich, obwohl das jetzt 30, 35 Jahre her ist, kann ich die immer noch abrufen. Und dieses Gefühl, was ich damals hatte, als Samurai durch den wilden Wald dazu und dann irgendwie von der Linken kommt ein Säbelzahntiger und ich kann das noch so richtig fühlen, anfassen. Was passiert da mit uns, wenn wir solche Geschichten lesen? Ich glaube, wir sind das Biotop, in denen Geschichten sich ausdrücken. Ich betrachte Geschichten als Lebewesen. Es sind intelligente, lebende Wesen. Die Kriterien, die für Lebewesen angewandt werden, dass sie sich fortpflanzen, dass sie Information weitergeben, dass sie wachsen und so weiter. Es gibt einige, die lassen sich alle auf Geschichten übertragen. Und ich glaube, wir sind seit eh und je eine Symbiose mit ihnen eingegangen. Sie brauchen uns, um sich fortzupflanzen. Wir erzählen sie weiter. Und wir geben ihnen die Größe. Sie wachsen. Sie haben durch uns Menschen eine Möglichkeit, sich fortzupflanzen. Und sie geben uns Sinn und Bedeutung. Es gibt Geschichten von Überlebenden aus dem Ghetto oder so, die gesagt haben, ja, aber ich musste ein Buch mitnehmen. Wir brauchen Geschichten. Unsere Seele braucht Geschichten, um zu erleben. So wie unsere Körper, Nahrung, Luft und so weiter braucht. Wir brauchen Geschichten. Also wir sind, ich glaube sogar, auf einer noch metaphysischeren Ebene, bringen wir einander hervor. Eine Henne-Ei-Frage. Was zuerst aber weiß ich nicht. Aber natürlich bringen wir Geschichten hervor, aber sie bringen auch uns hervor. Individuell. Wir sind das Ergebnis der Geschichten, die wir gehört haben, die wir verinnerlicht haben, mit denen wir aufgewachsen sind. Geschichten von, ja, also die Märchen, die wir als Kinder erzählt bekommen haben, die Fernsehserien, die wir geschaut haben, die Comics, die wir gelesen haben. Aber natürlich auch die Geschichten, die uns unsere Eltern, unsere Erzieher, Priester, Lehrer und so weiter erzählt haben. Es geht ja nicht nur um Information. Also auch Physik wird in Form von Geschichten unterrichtet. Da ist Marie Curie, die gestorben ist an ihren Forschungen. Religiöse Sachen werden in Form von Geschichten erzählt. Die Parabeln, alles. Und das gilt nicht nur individuell, das ist auch kollektiv der Fall. Unsere Gesellschaft, unsere Kultur ist das Ergebnis von Geschichten, die wir uns erzählen. Unser Rechtssystem, unsere Auffassung von, wie Wirtschaft zu funktionieren hat, wie Erziehung zu funktionieren hat. Also wir entkommen den Geschichten natürlich nicht. Insofern geht es darum, welche wählen wir? Welche wollen wir erzählen? Ich habe auch eine eigene kleine YouTube-Reihe auf dem Kanal der Magie-Schule. Nennt sich Nimmataion. Nimmata sind die Fäden. Das ist der Ort, wo die Fäden zusammenfließen, so die Fäden der Geschichten. Da frage ich meine Gäste immer, was war die Lieblingsgeschichte in deiner Kindheit? Das sind so kurze, zehnminütige ungefähr Videos. Und quasi alle sagen, boah, diese Frage hat ganz viel ausgelöst. Hat mich so Trip Down Memory Lane oder ganz viel bewegt in mir, um herauszufinden, was war es? Was hat mich um... Teilweise zieht sich das halt wie ein roter Faden durch bis heute, dass da eine Geschichte so bestimmend ist oder ein Thema, das sich in diesen Geschichten ausdrückt. Also insofern sind wir Ausdruck von Geschichten, so wie sie Ausdruck von uns sind. Das ist so ein endloser Feedback-Loop. Also das, was wir auf Papier gedruckt lesen, ist nicht die Geschichte. Das ist nur ein Ausdruck von Geschichten, aber gleichzeitig drücken sich Geschichten halt ja durch uns aus. Du könntest sogar sagen, wir sind die Voodoo-Puppen der Geschichten. Und um... Also was... Geschichten benutzen uns, um sich in der Welt auszudrücken, um sich zu erfahren. Und ich meine, Geschichten sind uralt. Es ist eben Lebewesen. Es gibt ja Märchenforschung und so und viele Märchenmotive, die gehen zurück bis ins Neolitikon. Und die älteste Geschichte, von der wir wissen, ist aus Australien. Das ist eine Geschichte der Gundit Schmarra. Die erzählen, wie in der Traumzeit mehrere Riesen auf die Erde kamen und ein Riese, der hat Feuer aus seinem Kopf entsendet und die Erde hat getanzt. Und dieser... Und der hat sich dann niedergelassen. Und man weiß, welcher Riese das ist. Das ist ein Berg. Und dieser Berg ist ein erloschener Vulkan, der das letzte Mal vor 36.000 Jahren ausgebrochen ist. Das kann man geologisch nachweisen. Das heißt, die Erinnerung an diesen... Und wie das die Erde gebebt hat, wurde fucking 36.000 Jahre lang weitererzählt. Das ist eine Geschichte, ein Lebewesen, das 36.000 Jahre alt ist. Also wir sind Mücken im Vergleich zu diesen Geschichten. Und manche werden sehr groß, gewinnen gewaltigen Einfluss und dann verschwinden sie auch wieder, weil Neue interessant sind und spannend sind. Und ja, das ist jetzt auch der Brückenschlag zur Utopie, weil ich so den Eindruck habe, wenn wir es schaffen, Geschichten zu erzählen, die uns individuell und kollektiv als so verführerisch erscheinen, so aufregend, spannend, verlockend, dass wir sagen, ja, die interessieren uns mehr als, weiß ich nicht, transhumanistische Einflüsse, Technokratie, dann haben wir eine Chance, dass diese Geschichten wachsen und uns als Kultur in eine utopische Richtung bringen. Ja, also da könnte ich jetzt auf ganz vieles, was du gesagt hast, einsteigen. Mir ist zum Beispiel sofort diese Serie American Gods eingefallen, wo es darum geht, dass wenn viele Menschen an diese Götter glauben, dass die eben auch an Kraft wieder gewinnen und wieder so aktueller werden und andere in der Bedeutung eben so ein bisschen runtergehen, weil niemand mehr daran glaubt. Das ist mir eingefallen und natürlich auch dieser Gedanke mit dem Reproduzieren, das lese ich gerade in dem Buch von Jeffrey Greipel, Mutants and Mystics, das habt ihr, glaube ich, auch mal empfohlen, wo eben gezeigt wird, dass diese vedischen, antiken Ideen auch andere Ebenen und so weiter, Rituale, Sexualmagie und so weiter, dass das alles in Comics verpackt auch wieder jetzt in den Zeitgeist kommt und sich das eben selber in so einem Perpetuum mobile immer selber am Leben hält und wieder in die Neuzeit bringt und leicht anderer Gestalt erscheint. Mir fällt der Hermes der Götterbote ein und Flasht der rote Blitz, die beide mit diesen Flügelchen also ganz offensichtlich manchmal wieder erscheinen. Immer wieder, immer wieder und wahrscheinlich sind auch die Götter, so wie wir sie aus den antiken Mythen kennen, auch schon eine Neuauflage von was noch Älteren gewesen und ja, die Comics, Science-Fiction-Geschichten, Horrorliteratur und so weiter, also Populärkultur ist immer etwas gewesen, wo Geschichten sich besonders gut ausdrücken und vermitteln konnten. Das kann man ja nicht vergessen, für uns wirken Mythen oft antiquiert, aber das war ja das Netflix der damaligen Zeit. Da hat man sich versammelt drumherum oder in unseren Breiten Baden oder Skalden oder was die, das wurde in Fortsetzungsgeschichten erzählt und die haben ja teilweise ewig lange Ausbildungszeiten gehabt. Die konnten das so vermitteln, dass wirklich, so wie du es auch erzählt hast, bei diesen Fantasy-Geschichten Bilder vor dem inneren Auge entstehen, die man nie mehr vergisst, mit denen man geht. Und das ist etwas, was ganz wichtig, diese Bilder sind keine Hirngespinste, das sind reale Welten. Ich unterscheide dazwischen imaginär und imaginabel. Das ist ein Wort, das sehr selten ist. Imaginabel bedeutet vorstellbar. Es ist, Imagination ist ein Wahrnehmungsorgan. Genauso wie unsere fünf körperlichen Sinne und noch ein paar mehr gibt es auch die Imagination, die nimmt Dinge wahr, die real sind, aber nicht unbedingt physisch. Es gibt einen Begriff für die Welt, in der diese Metaphern, diese Visionen und so weiter existieren. Das ist Mundus Imaginalis. Das ist ein Begriff, den Henri Körper geprägt hat, Religionswissenschaftler. Den haben aber auch die Sufis, Alam, Al-Mithal und so. Es ist eine Welt, die zwischen unserer körperlich Manifesten und der rein konzeptionell Göttlichen ist. Die ist irgendwo so dazwischen. Sie ist wie Rauch, könnte man sagen. Es ist nicht greifbar, aber es macht was mit uns. und das ist die Welt, in der Visionäre, Propheten, Mystiker, Künstler mit ihrer Inspiration und so weiter immer wieder Einblick haben. Die Welt, in der wir vielleicht in Träumen unterwegs sind. Carl Gustav Jung hat das entsprechend auch aktive Imagination genannt. Diese Welt zu bereisen, das kann man lernen und das ist eben, es ist real. natürlich gibt es auch Hirngespinste, das ist was anderes, das sind dann die imaginären Dinge. Das Imaginable ist eine riesige Welt und dort leben die Geschichten. Und das Spannende ist, dass diese Welten eben nicht getrennt sind voneinander, sondern eben, da sind wir wieder bei diesem Feedback Loop, sich aufeinander beziehen. Und wenn ich lernen kann, im Imaginablen Dinge zu verändern, die eine Entsprechung in der physischen Welt haben, wird sich auch die physische Welt entsprechend verändern. Das ist das, was sich Mythomagie nennt. Das ist so mein eigener Beitrag zur Magie. Also die Geschichten zu verändern. Es ist, ich kann Geschichten nicht nur wahrnehmen oder erkennen, ich bin Ausdruck von Geschichten. Das ist das, was Krypal in Mutants and Mystics als Realization bezeichnet. Ich kann Geschichten umschreiben. das nennt Krypal dann Authorization. Das ist zum Autor der eigenen Geschichte zu werden. Und das ist etwas, dafür gibt es verschiedene magische Techniken, das ist erlernbar. Und das kann ich wiederum individuell anwenden als auch kollektiv. Wir können, wir haben die Fähigkeit dazu, unsere kollektive Geschichte umzuschreiben und unsere Kultur eben in eine lebenswerte Richtung zu bringen oder zumindest von dem Abgrund wegzubringen, an dem wir gerade stehen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Mir ist, als du erzählt hast gerade mit dem, dass manche eben dafür zuständig sind, eben Geschichten zu erzählen, zu entwerfen, wieder zu rekreieren, ist mir dieses Kinderbuch, was ich auch öfter abends mal vorlese, Frederik eingefallen. Da geht es um so, kennst du das, da geht es um diese Mäuse und die alle fangen irgendwann an im Herbst eben Vorräte zu horten und einer hortet halt Farben und Geschichten und dann am Ende, als alle Vorräte aufgegessen sind, sprechen sie ihnen halt an, was ist denn mit deinen Sachen, die du jetzt gehortet hast und dann fängt er eben an für sie zu erzählen und so überbrücken sie auch diesen kältesten Winter eben und stellen sich den Sommer vor und die Farben und so weiter und da merkt man so richtig, ganz genau, ganz genau. Wir sind meiner Meinung nach Homo Narans, der Geschichtenerzählende. Das ist das, was uns ausmacht. Ich würde nicht ausschließen, dass es andere Lebewesen hier gibt, die auch Geschichten erzählen, aber auf die Art und Weise, wie wir das machen, das ist etwas, was uns schon sehr besonders macht. Und in Geschichten tauchen ja auch bestimmte Charaktere, Archetype immer wieder auf, die in einer bestimmten Weise eine bestimmte Charakteristik eben verkörpern. Hast du da so einen Charakter für dich ausmachen können, der sehr entspricht? Oder hast du einen persönlichen Mythos? Ja, also der persönliche Mythos ist etwas, das, wie soll ich sagen, da gibt es keine Vorbilder oder so, das nicht, aber es gibt Charaktere, die ich, zumindest die mich sehr lange Zeit begleitet haben. Das waren Batman, John Constantine und ja, teilweise, also wenn wir jetzt bei Comics sind noch, bei den Superhelden, Wolverine, Preacher, Entschuldigung, wie heißt er? John Archer, meinst du? Nein. Nein, 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 ich, ja, Punisher, Punisher, danke, genau, mit dem Totenschädel, ja, ja, genau. Ich habe, und ich habe gemerkt, ja, es sind immer so gebrochene Charaktere, der Doktor, Doktor Who, auch, das ist ein, ein, Ausdruck davon, dass ich selber schon oft wirklich sehr tiefgreifende transformatorische Prozesse erlebt habe, die mein altes Ich tatsächlich, ich musste mein altes Ich hinter mir lassen, es war tatsächlich ein Sterbeprozess und extrem schmerzhaft und habe das darin wiedergefunden, dass nur weil, weil da etwas zu Bruch gegangen ist, ist es kein Grund aufzugeben, sozusagen. Das hat mich lange Zeit getragen, gleichzeitig aber auch eine Tragik erzeugt, die, das mir dann bewusst geworden ist, ja, also es ist immer wieder mit welchen Geschichten umgeben wir uns, die färben auch auf uns ab und dass ich entsprechend immer wieder auch sehr düstere und tragische Ereignisse eingeladen habe dadurch, wurde mir dann bewusst und entsprechend habe ich mich dann auch nach neuen Archetypen umgeschaut, die mich interessieren oder die spannend sein könnten für mich. Sehr interessant, ja, also ich bin da auch gerade so ein bisschen dran eben zu schauen, okay, was für Märchen, was für Mythen entsprechen mir dann irgendwie, geben so ein bisschen auch so meine Lebensreise so ein bisschen wieder und ich bin auf was gekommen, mich haben immer die griechischen Mythen sehr fasziniert und die Reise des Odysseus ist irgendwie immer wieder aufgetreten, weil er auch lange Zeit eben hier und da unterwegs ist und so diese Irrfahrten halt auch hat und vieles probiert und dann aber irgendwann fügt sich alles und er kommt wieder so ein bisschen zurück, er macht es wieder rund am Ende und erobert ja dann auch sein Königreich wieder und so weiter und nimmt seinen rechtmäßigen Platz ein. Genau, er wird ja erst überhaupt nicht erkannt, gell? Das ist ja auch eine eigene, seine Rückkehr nach Ithaka ist ja ein eigenes ich glaube nur sein Hund und irgendwie ein alter Diener oder so, sonst erkennt ihn ja einfach keiner mehr und er muss es dann ja beweisen diesen Bogenschuss vollführt und so denn nur er ja so müssen wir das Schwert aus dem Stein ziehen genau das Motiv gibt es ja auch immer wieder dass nur der eine dann diese Aufgabe erfüllen kann und sich so auszeichnet genau also wenn wir bei diesen Mythen sind, dann habe ich mich immer identifiziert mit den Mentoren was jetzt Merlin war Gandalf Yoda Dumbledore was weiß ich so also diese Miraculix diese alten weißen Zauberer die haben mich am meisten begeistert so der junge Strahler der Held war es nie sehr interessant und was du eben gesagt hast diese Mundus Imaginalis genau das ist ja ein Bereich den wir vor allen Dingen mit der mit der rechten Hirnhälfte assoziieren würden mit dem mit dem Feminin Prinzip mit den Seelenbildern mit den Träumen und so weiter und das ist ja leider ein Bereich der sehr ja so ein bisschen zur Seite gedrängt wird in der heutigen Gesellschaft wo es ja um Logik geht um Leistung um Funktionieren und so weiter und das ist eigentlich ein bisschen schade dass das nicht mehr in der Balance ist oder die beiden Ich bin mir gar nicht so sicher wenn du dir vor Augen führst wie stark die mythischen Themen sind die in letzter Zeit die Populärkultur bevölkern wäre ich mir gar nicht so sicher wie stark das nicht wieder zurückdrängt Denk an Harry Potter und ich weiß nicht wie viele andere Boy Wizards oder so die es da gibt gefühlt jede dritte Netflix Serie ist mit paranormalen und magischen Themen durchflutet Comics sowieso also ich glaube schon dass die Themen sehr stark an die Oberfläche drängen wieder vielleicht auch umso stärker weil sie so lange unterdrückt wurden wenn ich denke in unserer Kindheit was war da da gab es Detektivgeschichten TKKG fünf Freunde ja ja von Astrid Lindgren und so ja genau sowas davor waren es diese Abenteuergeschichten von Karl May und so weiter dafür also ich habe sie auch gern gelesen aber es war nicht mehr ganz meine Zeit und es war eben diese Detektiv Dinge inzwischen glaube ich meine Nichten die wachsen mit Harry Potter auf also die Magie kommt stärker zurück das Pendel war lange in die E-Richtung in diese materielle Richtung gedrängt und jetzt schwingt es wieder etwas zurück eben ja und je stärker etwas verdrängt wird umso stärker drängt es natürlich auch wieder zurück deswegen ja ich bin gespannt also es ist ja etwas was ich seit Jahren sage wie gesagt ich bin in so einem spirituell esoterischen Umfeld groß geworden ich habe ein Feeling für die Szene und die Trends und so und ich sage seit zehn Jahren das next big thing das up and coming theme wird Magie sein das passiert gerade das ist das ist auch lustig dass du das sagst weil ich verfolge ja auch euren YouTube Kanal und schaue mir die Videos an und am Anfang war so eine Sperre in mir die gesagt ich finde es spannend mir das anzuhören aber das ist so Magie nee das ist nicht deins das wird auch nicht deins werden und dann habe ich aber doch gemerkt wie ich dann zum Vollmond plötzlich gewisse Dinge tue irgendwie so Ritual eben etabliere und doch mich dem öffnen und dann plötzlich die Rauhnächte fand ich spannend ja was was passiert da und dann gibt es ja auch ganz viel Ritual die man machen kann und Dinge die man auch mit den Kindern machen kann und so weiter und die Magie kommt tatsächlich zurück also bei mir von meiner Warte aus kann ich das auf jeden Fall bestätigen ja und sowohl eben individuell wieder als auch gesellschaftlich das ist jetzt nicht direkt Magie aber halt auch ein Thema das lange Zeit in den Bereich des Paranormalen geschoben wurde und Spinner und so weiter UFOs es ist inzwischen viele haben es ja noch gar nicht mitbekommen bei uns noch nicht seit Jahren durch den Artikel in den New York Times Washington Post ja Pentagon sagt ganz offiziell ja gibt es untersuchen wir und alle die sich drüber lustig gemacht haben die sind inzwischen ziemlich klein dort das stimmt da gab es auch einen ganz großen Shift das muss ich sagen aber es ist tatsächlich wahrscheinlich aufgrund der ja immer noch Weigerung der Medien wobei ich sagen würde da gibt es jetzt schon hier und da so kleine Ausnahmen über das Thema ernsthaft zu berichten das hat ja auch seine Ursachen warum das so ist aber ich glaube da bricht auch gerade viel auf definitiv also das Weltbild wird in allen Belangen breiter habe ich das Gefühl und das ist wunderschön also ja wobei man da natürlich auch wieder aufpassen muss zu schauen was für eine Geschichte wird erzählt weil das was uns da aufgetischt wird zum Thema UFOs ist halt auch wieder das klassische Nuts and Bolts Narrativ irgendwelche metallenen Flugkörper von Außerirdischen und das ist eine Hypothese für das UFO Phänomen meiner Meinung nach eine der uninteressantesten und wenn da jetzt ein bestimmter Spin draufgelegt wird bin ich auch immer sehr vorsichtig also auch da wieder welche Geschichte wählen wir welche ist uns ähnlich aber es ist ein Anzeichen dafür dass eben wie gesagt das Weltbild weiter wird und da kommt das Thema Eigenverantwortung rein wo du es gerade erwähnt hast wir entscheiden uns dafür welche Geschichte wir leben wollen welche wir schreiben wollen mit was wir uns auch beschäftigen alleine kommen wir zum Thema Utopie versus Dystopie ich weiß noch ich war immer begeisterter Kinogänger und es gab eine Zeit das war so 10-15 Jahre her da war wirklich die Zeit der großen Katastrophenfilme da konntest du wirklich nicht ins Kino gehen ohne irgendwie die Welt wird zerstört Außerirdische greifen an wir wecken Monster in der Tiefsee die die Welt zerstören und ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen und hören und hab gesagt ne damit möchte ich meinen Geist jetzt nicht 24 Stunden beschäftigen ehrlich gesagt und hast du das Gefühl das ist immer noch so oder ist gute Frage also bevor ich darauf eingehe vielleicht noch ein Aspekt oder eine Perspektive darauf glaube dass wir gewisse wir sind hier in dieser Realität weil wir Erfahrungen machen wollen und Geschichten bieten eine Möglichkeit Erfahrungen zu machen vor allem auch intensive Geschichten und bevor wir ein Holodeck haben ist Kino ziemlich das intensivste momentan was es gibt für uns insofern bin ich mir gar nicht sicher ob die Auseinandersetzung mit Katastrophenfilmen oder anderen unangenehmen Themen nicht vielleicht sogar einen positiven kathatischen Effekt haben kann weil wir dadurch kollektiv in gewisser Weise Erfahrungen machen die wir dann eventuell so in der physischen Realität gar nicht mehr machen müssen weißt du was ich meine wenn ich bestimmte Dinge immer wieder erlebt habe im Inneren ja imaginabel sozusagen oder durch meine Imagination dann ist das okay ja jetzt kenne ich das Thema schon jetzt ist es langweilig jetzt muss ich es in der Außenwelt unbedingt erfahren und ob diese Filme nicht ohne es wahrscheinlich zu wollen eine Funktion dafür erfüllen ja 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 das ist eine super interessante Hypothese ja ob es nicht am Ende wieder genau auch so sein sollte dass das so ein Schwerpunkt war und dass deswegen viele Leute sagen boah ich kann es nicht mehr hören jetzt muss was anderes her eine andere Version genau genau und ich glaube wir befinden uns um jetzt deine deine Frage zu beantworten gerade auch hier an so einem Scheideweg der jetzt zeigt in welche Richtung soll es denn gehen das ist oder welche welche neuen Geschichten werden denn interessant für uns ich habe viele Jahre lang Drehbuch unterrichtet und ich kann mich genau erinnern dass ich das war Ende 90er Jahre oder Anfang wirklich Nuller Jahre habe ich mir einen Drehbuch hat und gesagt Leute passt auf auch wieder the next big thing das was jetzt kommen wird im Kino und auch sind Märchen und Mythen hä Blödsinn das wird das nächste große Ding und ja abgesehen von Herr der Ringe und was das alles nach sich gezogen hat Superhelden das sind moderne Mythen haben wir ja schon kurz angesprochen Jeff Kriper ich meine und das ist inzwischen jetzt aber auch schon so überladen dass man oh bitte mir hat schon wieder der übliche Superhelden geklopper es interessiert nicht mehr das ist jetzt das war die letzten 20 Jahre ja und jetzt habe ich das Gefühl Zimmer und eben oder Katastrophen Filme jetzt jetzt wären wir soweit dass es neue Filme neue Geschichten braucht und ich glaube sie suchen gerade wie verrückt mein Holm ist tot Serien sind das wo Geschichten wirklich erzählt werden wo Innovation geschieht ich hoffe drauf dass da interessante spannende utopische Dinge ja mir fällt wo du das gerade gesagt hast ja zwar ist Kino tot aber die Guardians of the Galaxy sind mir eingefallen die sind cool weil die auch alle irgendwo gebrochene Charaktere sind und irgendwie kaputt aber sie finden sich für den guten Zweck zusammen sie stehen auf sie überwinden ihre Probleme und im richtigen Moment agieren sie alle zusammen um dann eben das große Ganze zu retten und die sind neuartig da haben sie also ich war echt echt positiv überrascht ja was jetzt halt aktuell begeistert ist Tune Tune ja ja also dieses unfassbar schwer zu verfilmende Buch oder Buch ist es ja eine wahnsinns Reihe sogar der erste Teil war schon sensationell haben euch gedacht wow ja danke und jetzt zu dem Zeitpunkt wo wir es aufnehmen gibt es erst zwei Trailer vom zweiten Teil großartig also dafür ins Kino zu gehen es gibt schon noch natürlich ja spannender Tipp auf jeden Fall das muss ich nachholen ich habe so ein bisschen Angst Pandoras Büchse zu öffnen und den Herr der Ringe anzusprechen weil ich weiß dass du auch ein Riesenfan bist aber da war es auch so dass ich meine Mutter hatte mir das irgendwann vorgelesen als Kind irgendwie und ich habe auch ganz lebhafte Bilder in Erinnerung als ich die Filme geguckt habe ist das alles so wieder hoch gekommen und wenn man diese Welt von Tolkien betritt irgendwie fühlt man man spürt dass da mehr ist so dass da wirklich was existiert das ist so unglaublich greifbar alles und die Welt der Zwerge diese Runenschrift und man da ist einfach so viel dahinter und so viele Menschen die das schon gelesen und auch ihre Imagination angeworfen haben und das ist ich muss gleich eine Warnung aussprechen einen Spruch fragt Bernhard nie nach Tolkien nicht mehr auf so ungefähr Tolkien ist für mich so ein Parade Beispiel dafür dass das ist real es ist eine imaginable Welt und Tolkien selbst hat sich ja immer als Chronist bezeichnet nicht als Erfinder dieser Geschichten hat ja auch kann man nachlesen auch in seinen Briefen und so dass er das wirklich entdeckt hat nicht erfunden das ist der hat mit seiner Imagination tatsächlich Forschungsreisen betrieben und hat das freigelegt ein anderes Beispiel wäre bei uns nicht so bekannt leider Ursula K. Le Guin die Earthsea Romane Earthsea die hat das auch so gesagt ist der vor kurzem gestorben das ist nicht etwas das ich erfinde Earthsea gibt es und ich bin dort hingereist und musste dann mich mal zurechtfinden und musste durchs Schreiben entdecken wie es dort aussieht was die Menschen dort oder die Wesen dort umtreibt das ist nicht ausgedacht das ist herausgefunden die zwei sind für mich diese Beispiele dafür natürlich gibt es da noch viel mehr aber bei den beiden weil sie eben auch darüber geschrieben haben da kann man quasi echt über die Schulter schauen wenn man das liest wie sie es entdeckt haben genauso auch Carl Gustav Jung mit dem roten Buch wo er die aktive Imagination genutzt hat und das wirklich mit notiert hat was er erlebt hat dabei das kollektive unterbewusste ist ja auch dann unbewusste kollektive unbewusste genau ich habe mir noch recapture the rapture aufgeschrieben das heißt kannst du dazu was sagen zu diesem Konzept wo es auch darum geht eine andere Zukunft zu schaffen ja das ist der Titel eines Buches von Jamie Wayne und sehr spannend der hat also der rapture ist ein Begriff der bei uns nicht so geläufig ist die Entrückung das ist aber in Amerika zum Beispiel bei ganz vielen nominellen Christen ein Begriff nämlich die körperliche Entrückung also so wirklich diese Vorstellung die also die gerechten oder die die sich an die Regeln halten werden am Ende aller Tage dann wirklich so körperlich in den Himmel Entführt und das Problem ist dass viele von denen wirklich zutiefst konservativ oder evangelikal sind und die diesen Tag nicht nur herbeisehnen sondern aktiv herbeiführen wollen und viele Evangelikale auch an sehr sehr einflussreichen Schaltstellen in der Politik und Wirtschaft und so weiter sitzen und Entscheidungen eben dahingehend treffen um diesen Endsieg ihres Gottes herbeizuführen das ist eine Geschichte wieder die leben eine Geschichte und treiben diese Geschichte ganz bewusst voran was ich für saugefähig halte und eben Recapture the Rapture wäre eben so schau mal wie können wir diese meiner Meinung nach fatale Entwicklung umdrehen wieder die Geschichte davon umschreiben so das ist das wie Jamie Wheel das angeht und er bringt einige ganz praktische Möglichkeiten was man tun kann wie das möglich ist wie man sich selber in andere Bewusstseinszustände versetzt und wie man das dann wieder integrieren kann und so weiter beginn mit Atemtechniken mit körperlichen Methoden mit Sexualität also etwas was uns zur Verfügung steht legal ist gesund ist und so weiter das hat er das aufbereitet ja super spannend also es würde auch ohne Apokalypse funktionieren kann man sagen ja wobei da muss man schauen der Rapture ist nicht die Apokalypse und das ist nicht Armageddon und so da werden viele Begriffe in einen Topf geworfen Apokalypse bedeutet letztlich nur das Entfernen des Schleiers Kalyptein Griechisch bedeutet Verschleiern und Akalyptein bedeutet den Schleier wegziehen ah ok das erinnere mich jetzt an die Maya also das Erblicken der wahren Realität ja genau ganz genau insofern ist also wenn wir es jetzt rein etymologisch betrachten ist eine Apokalypse eben das Entfernen des Schleiers das was uns vielleicht auch vor dem wahren göttlichen irgendwie trennt ob wir das dann aushalten ist eine andere Frage tatsächlich das Gesicht der Realität zu erblick da könnten wir eine eigene Sendung zu machen da 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 fallen ja einige Sachen rein ja aber das beinhaltet nicht notwendigerweise so einen Weltuntergang oder einen Endkampf oder wie was es da für Vorstellungen gibt da sind dann verschiedene Interpretationen davon oder wiederum Geschichten davon wie das auszusehen hat das ist ja das Problem dass viele nicht sagen okay das ist halt ein Mythos und ein eskatologisches Phänomen sondern wir wollen es zu unseren Lebzeiten herbeiführen das ist übrigens wiederum eine Geschichte die zurückgeht auf das elisabethanische Zeitalter auf einen Magier namens John D der ist recht bekannt für seine Zusammenarbeit mit Edward Kelly vor allem das ist alles sehr gut dokumentiert die Tagebücher von John D existieren noch ich habe selbst im britischen museum seinen schwarzspiegel gesehen und alles das der war wahrscheinlich der gebildetste Mann seiner Zeit der Hofastrologe von Elisabeth I war auch Spion für sie und so und der hat diese magischen Operationen durchgeführt wo er Engel angerufen hat dafür auch die henochische Sprache entwickelt und so und die Engel haben ihm gesagt letztlich geht es darum das zu erfüllen was in der Bibel steht nämlich es soll dann das goldene Zeitalter herbeigeführt werden aber dazu steht ja alle müssen irgendwie vereint sein unter einem Dach und das wäre die Aufgabe von England und deswegen wäre gut man sollte so ein Empire schaffen und das sollte er doch der Königin erzählen also die Engel haben schon die erklärt flüstert doch Elisabeth mal ein dass ihr da ein großes Empire schafft also das muss man sich mal vorstellen die Geschichte die global politische Entwicklung des British Empire was das für ein Einflug kann man nicht unterschätzen ist entstanden durch magische Operationen von Chanty also ist auch wieder eine Geschichte die sich da weiter geführt hat und damit dann das herbeigeführt werden kann ich kürze das jetzt extrem ab es gibt natürlich viele weitere Entwicklungen die sich tatsächlich bis heute bis zu diesen evangelikalen Hardlinern in der amerikanischen Regierung dann fortsetzt bringt mich jetzt auf zwei Themen aber ich würde weil du jetzt gerade die amerikanische Regierung ansprichst würde ich glaube ich auf das Thema zuerst kommen wollen und das ist dass ich eigentlich überhaupt kein Interesse mehr an Politik habe so als als Grundton schon mal aber es gibt jetzt eine Entwicklung die ich doch mit ein bisschen Spannung auch betrachte und das ist die Nominierung oder eventuell ich weiß gar nicht aber schon nominiert ist zum Präsidentschaftskandidaten von Robert Kennedy Junior in Amerika und das interessiert mich nicht nur deswegen weil er eigentlich sehr sehr anders ist als seine Kontrahenten vermutlich von der Einstellung her auch sondern weil ich weiß dass in seinem Team in seinem Umfeld auch Leute wie Charles Eisenstein sind der geschrieben hat the better world our hearts know is possible glaube ich also auch so eine richtig schöne Utopie so eine Bestärkung darin die Welt anders zu sehen und dass wir alle dahin kommen können also sowas richtig Positives Eisenstein ist einer der wichtigsten Utopisten momentan Kulturphilosoph und seine Bücher und Vorträge die finde ich das ist ein wirkliches Fundament für die Utopie absolut ja und ich musste wirklich aufhorchen als ich dann gehört habe dass der was mit Robert Kennedy Jr. jetzt zu tun hat das fand ich dann doch spannend ja das ist spannend schauen wir mal ich bin sehr sehr vorsichtig bei solchen Entwicklungen weil natürlich das auch eine Geschichte ist das macht immer korrumpiert was sonst der eine Ring einbietet jetzt natürlich aber ja schauen wir mal schauen wir mal also das wie auch immer sich diese Dinge entwickeln zumindest jetzt mal die Bücher und Vorträge von Charles Eisenstein finde ich ganz 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 und auch die die Geschichte der Kennedys die finde ich auch wahnsinnig faszinierend und auch die Idee dass eventuell mit der Ermordung damals von John F. Kennedy eben eine Zeitlinie irgendwie vielleicht in die Realität gekommen ist die uns doch vom goldenen Zeitalter eben viel weiter weggebracht hat es ist eine Möglichkeit wer weiß ich meine es gibt ja einen Roman von Stephen King der Anschlag wurde auch verfehlt als 11 22 63 oder so diese wo jemand die Zeit zurückreißt um die Ermordung von Kennedy zu verhindern es zum Schluss schafft war schlecht die Welt hat sich nicht gut entwickelt er wäre kein guter Präsident geworden wir wissen es halt nicht das ist immer so und natürlich ist das es gibt nie nur einen Faktor die Welt ist immer ein Geflecht aus so vielen verschiedenen Geschichten und wir haben jeden Tag ganz viele Möglichkeiten Schmetterlings Flügelschläge zu setzen sozusagen die sich dann wiederum groß auswirken können deswegen ich glaube es wird nicht der eine Faktor sein oder das eine Moment natürlich gibt es große Dinge die Wenden hervorrufen die dramaturgische Wendepunkte in unserer kollektiven Geschichte sind aber wie Gandalf sagt sind es die kleinen Dinge die es ausmachen diese everyday acts of random small random kindness ich glaube das ist wesentlich wichtiger das ist die Falle in die Saruman hat dass er auf diese großen politischen Entwicklungen setzt und Gandalf sagt es sind wirklich es sind diese kleinen taten der kleinen Leute die jeden Tag vollführt werden das ist auch die Chance die ich sehe tatsächlich in dem ganzen im offenen Kampf haben wir keine Chance was willst gegen Mordor ausrichten vergiss es gegen das Empire uns stellen das ist nämlich das sind die Methoden des Empire und da ist das Empire einfach nicht besiegbar das ist ein super schöner Gedanke super spannender Gedanke und auch was was ich täglich versuche zu praktizieren mir vorzustellen ich bin in der Utopie und die Utopie einfach zu leben ich mache mein Leben so gut ich kann man hat damit einen tollen Einfluss auf sein Umfeld ohne jetzt irgendwas belehren oder erklären zu wollen aber einfach indem man tut indem man das verkörpert was man sehen will im Außen und nicht darauf zu warten dass im Außen das passiert damit man so sein kann exakt sei die Quelle dessen was du erfahren möchtest ich kann mich erinnern ich hatte mal Besuch von einer Geliebten die hier war bei Freunden und die sag du weißt du ich bei uns ich wohne Besuch dann fühle ich mich wie der letzte Spießer aus meiner Sicht lebt ihr schon in der Utopie das ist doch Wahnsinn was ihr hier habt miteinander es wird natürlich auch nicht so sein so Schalter umlegen Klick und jetzt ist Paradies nein es wird eine graduelle Entwicklung sein und eben jeder kleine Akt den wir dazu beitragen können bringt das in diese Richtung und das ist eben menschenfreundlich begrüßen Ausdruck sein davon und das ist ja ganz wichtig was Rudolf und ich auch auf crop FM immer wieder betont haben wenn wir darüber gesprochen haben die Utopie wird sich nicht von allein einstellen das ist nicht und die Frage kommt immer wieder ja wie weit ist es denn jetzt wie weit sind wir so als ob wir sind nicht dafür verantwortlich wenn dann sind es wir alle deswegen reagiere ich inzwischen schon fast allergisch auf den Satz wir werden es dann ja sehen wir werden es gestalten ja du musst es machen ja und das ist für mich auch ein großer Unterschied zwischen 2012 und dem Ende des Maya Kalender und da wurde ja auch unglaublich viel erzählt und projiziert und so weiter und dann ist genau am 21.12. ist eben nichts passiert und nicht am nächsten Tag waren wir alle in der fünften Dimension da habe ich auch drauf gewartet dass im Außen ich habe mir das gewünscht dass was passiert und ich war dann natürlich so ein bisschen enttäuscht ja ist nichts passiert und jetzt ist tatsächlich es schmeckt es schmeckt danach ich bin habe das Gefühl ich bin Teil davon die Zeitqualität ist jetzt reif dafür so ich ein ganz anderes Gefühl dazu ja und wir können es eben wir können es gestalten das ist das Spannende das ich bin selber immer wieder überrascht wenn ich mir diese alten Aufzeichnungen anhöre oder unsere Notizen vergleichen wie treffsicher wir da waren was heißt wir wir haben es koordiniert wir haben viel gemacht aber wie gesagt da waren keine Ahnung dutzende Menschen daran beteiligt und die Ergebnisse waren halt immer wieder so übereinstimmend also ich würde sagen zu 85% deckungsgleich immer wieder und die Metapher die wir dafür verwendet haben sehr früh schon war ich glaube seit 2015 war die eines Trips und ein Trip also speziell ein LSD Trip läuft nach etwa immer wieder dem gleichen Muster ab also natürlich wie das dann gefüllt ist ist hoch individuell aber die ja also zuerst kannst du eine Bugwelle geben so nennt man diesen Effekt so wie ein Schiff eine Bugwelle vor sich her schiebt können psychoaktive Substanzen das wieder Zeit vor sich her schieben das heißt du kannst einen Effekt schon merken noch bevor du eine Substanz zu dir genommen hast dann gibt es den Moment des Einnehmens dann passiert mal eine Zeit lang nichts dann gibt es immer unweigerlich diese Frage so spürst du schon was ja jetzt langsam aber noch nicht ganz und so also das sind einfach bestimmte Fragen und dann ist so okay jetzt jetzt geht's dann los wir haben auf reich und stark ja auch immer wieder darauf hingewiesen ich kann mich noch genau erinnern dass ich Anfang 2020 gesagt habe so Leute jetzt sind wir in dieser Metapher im kollektiven Trip genau in dem Moment wo es sagt okay jetzt hebt es dann ab Leute schnallt euch an jetzt geht's das war Anfang 2020 ich weiß noch ganz genau wie das das war und auch bisher natürlich ist das dann nicht ein paar Stunden sondern eben auf ein Jahrzehnt ungefähr gerechnet also nicht ganz aber die Proportionen waren immer sehr passend und ich habe auch das Gefühl so ja wir können jetzt wirklich was machen weil dafür das ist ja auch die Chance von es gibt ja auch psychedelische Therapie als wäre dass man in einem veränderten Zustand dann entsprechend Traumata auflöst Schattenseiten integriert neue Visionen bekommt oder sich neu ausrichten kann und so das schaffen wir halt indem jeder seine eigenen Themen seine eigenen Baustellen löst wie möglich wenn ich das bei mir betrachte was bei mir an Entwicklung stattgefunden hat in den letzten Jahren und auch Grundherum ja also da sehe ich ganz viel ja ich sehe auch sehr negative Entwicklungen ganz klar das gehört wahrscheinlich auch dazu weil die Geschichte muss ja spannend bleiben muss ja auch dazu kommen dass wir zum Schluss sagen gerade noch haben wir es geschafft genau ja ne exakt und ja von mir hundertprozentige Bestätigung für das was du sagst also die die Transformation Kraft Transformationskraft dieser letzten drei vier Jahre vielleicht die ist unglaublich enorm und ich habe auch so erlebt dass die ganze Corona Pandemie eine sehr manische sehr wirklich stimmungsmäßig sehr anspruchsvolle Zeit war alle auch so in so einen kollektiven Wahn so zu einem gewissen Teil verfallen sind viele Schattenthemen natürlich auch hochgekommen sind eben durch dieses sehr intensive Erleben und auch Befeuerung und so weiter wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen aber unglaublich viel hochgekommen ist und jetzt ist vielleicht so das Durchatmen die Integration der Dinge die hochgekommen sind zumindest zeitweilig das ist noch nicht vorbei meinst du wir müssen noch ein bisschen durchs Feuer es ist ja eben die weiteren Phasen sind es steigt stark an und da ist schon ganz viel los und so und dann gibt es eine Peak Phase da passiert eben ganz viel von diesem Verarbeiten Transformieren Integrieren Neues Entdecken und so und dann geht es mal wieder ein bisschen runter und dann kommt aber noch ein zweiter Peak und ich habe das Gefühl also der dauert nicht mehr so lang aber ist noch mal ein länger so und jetzt also es ist jetzt gerade Sommer 2023 ich habe das Gefühl auf den bewegen wir uns gerade zu ja ja passt auch also alles passt zusammen auch die wenn man so das astrologisch so ein bisschen verfolgt was für Zeitqualitäten gerade vorherrschen dann das das Nominose kommt in die Materie und so weiter diese diese ganzen Achsen finde ich auch unglaublich spannend mich da immer wieder mal rückzuversichern ob ich das so empfinde nur oder ob das auch tatsächlich irgendwo noch geschrieben steht das ist auf jeden Fall auch spannend ich würde gerne zu einem Buch was du auch empfohlen hattest was mir auch unglaublich weitergeholfen hat mehr sachbezogen ist eingehen ich weiß ob du das noch so präsent hast das ist der entstörte Mensch von Petra Bock ja ich habe es gerade nicht mehr so präsent aber ich weiß dass ich es wirklich gern gelesen habe und auch ganz wichtig für die Autopie ja also vor allem mehr sachbezogene Menschen vielleicht ist keine Geschichte aber sie hat eine langjährige Coaching Praxis und erkannt dass Menschen immer wieder in die gleichen Gedankenspiralen auf die gleichen Probleme stoßen die sie eben am Fortschritt irgendwo hindern legt das sehr akkurat dar und entwirft dann aber und das finde ich sehr schön diese Idee der Vivilisation nennt sie das also wirklich eine Welt in der jeder da wirkt so wie er kann nach seinen Talenten so wie er auch möchte und dass dadurch unglaubliche Synergien entstehen ja dass wir uns von vielen Zwängen glaube ich einfach lösen sollten und wirklich gucken wie kriegen wir das in Synergie für alle am besten hin so ja das ist war auch so eine schöne Vision die ich zwischendurch mal da aufgenommen hatte von ihr absolut ja 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 ich finde auch ein ganz ein Buch das Mut macht und das brauchen wir gerade Geschichten die Mut machen weil ja wenn wir uns anschauen die Entwicklungen von irgendwelchen Tech-Giganten und eben transhumanistischen Vorstößen da kann man schon leicht mal ermutigt sein ja wie gesagt das ist die versammelte Macht Mordor dagegen was was willst du machen und auch da hilft mir wieder Großmutter Ursula Kelle Gwynn von der gibt es ein ganz berühmtes Zitat das in einer Rede mal gehalten hat als im Preis verliehen wurde so sinngemäß die Macht von Adligen und Königen schien irgendwann mal unüberwindlich und keiner kam überhaupt auf die Idee dass wir ein anderes als ein Feudalsystem haben könnten aber wir haben neue Geschichten entworfen entworfen so ähnlich ist es heute auch mit diesem kapitalisten turbo kapitalistischen Strukturen die uns unüberwindlich scheinen und alternativlos aber so wie damals auch indem wir so direkt gegen die angehen das wird es nicht sein aber es braucht neue Geschichten die dann was auslösen Onkel Tom's Hütte ist eine fiktive Geschichte die aber so viele Menschen in den USA auf die unsagbaren Zustände der Sklaverei aufmerksam gemacht hat dass wirklich eine Änderung im Denken und im Empfinden stattgefunden hat und das war nicht der einzige Faktor aber ein mitbestimmender Faktor dafür dass es Bestrebungen dann gegeben hat die Sklaverei zu beenden was dann halt auch im amerikanischen Bürgerkrieg gemündert ist was natürlich nicht schön war und ich glaube Abraham Lincoln hat Harriet Beecher Stowe getroffen die den Roman geschrieben haben und gesagt sie sind also diese kleine Frau der ein großer Roman diesen Krieg verursacht hat das ist einfach eine Geschichte ich glaube auf die Weise können wir dran vorbei indem wir nicht sagen das ist einfach nur schlimm und nur böse und so weiter dann werden wir nämlich entweder so entmutigt wie Denetor oder oder schlagen uns sogar noch auf die auf die Seite von Mordor wie Saruman sondern schauen wie können wir eben was gibt es für Alternativen und wie können wir einander unterstützen das hat ganz viel damit zu tun zu kommunizieren uns eben so wie du es gesagt hast immer wieder zu schauen wie geht es dir so das abzugleichen dafür brauchen wir ganz wichtig Freunde das ist ja auch etwas Tolkien ist einer der ganz wenigen Schriftsteller der Freundschaft thematisiert und vor allem brauchen wir das analog so sehr ich Online Meetings mag und brauche und das natürlich praktisch ist auch jetzt wir können das jetzt ja nicht aufnehmen ohne aber darüber nicht vergessen dass wir uns immer wieder physisch treffen das ist etwas was wir auch auf reich und stark auch immer wieder betonen Leute dieser dieser Austausch der ist durch nichts das ist ganz ganz wichtig und das schöne ist viele sagen ja wie sollte das gehen bei mir ich kann mit niemandem drüber reden ich höre jetzt immer wieder von Leuten die sagen ich war genau so und dann habe ich euren YouTube Kanal geschaut und habe plötzlich gemerkt ich bin nicht allein es gibt Menschen die Worte haben für das was in mir vorgeht und da gibt es ein Konzept dafür ach das ist ja spannend das hat das in einen Kontext gesetzt jetzt habe ich von zwei meiner Magie Schülern die haben jetzt auch einen Podcast begonnen und da haben sie erzählt ja das war diese crop FM Sendungen zu utopie und reich und stark das hat sie durch diese unsäglichen Jahre der Pandemie geführt daran konnten sie sich festhalten und haben gemerkt okay wir sind nicht allein da gibt es auch da draußen das ist unfassbar berührend zu merken okay ja indem wir unsere Geschichten erzählen entstehen Verbindungen die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen ist eine Geschichte ja auch von meiner Warte also ihr hattet da definitiven Einfluss auf auf das wie ich die Welt erlebe und welche Rolle ich auch in der Welt spielen will so das hat sich dadurch geschärft und genau die ganzen Projekte die daraus entstanden sind in den letzten zwei drei Jahren da habt ihr mit Sicherheit auch einen doch positiven Einfluss ausgeübt von daher vielen vielen Dank dafür danke und ja lass uns vielleicht ich finde es schön rund hast du noch irgendwas was dir auf dem Herz liegt was du gerne loswerden würdest spontan fällt mir nichts ein da würde ich dich vielleicht ganz kurz zu einem kleinen Gedankenexperiment zum Schluss einladen und zwar wenn wir uns in die Zukunft versetzen die ihr auch teilweise geviewt habt ja also die Technik dient den Menschen Menschen arbeiten zusammen leben nach ihren Interessen zusammen sind freier in allen Beziehungsformen auch die Natur hat sich erholt wir haben den Planeten nicht zugrunde gerichtet wir haben es irgendwo ja sieht so aus geschafft wir erforschen das innen und das außen und du blickst zurück wohlwollend auf das wie wir heute oder vielleicht auch in den letzten 10-20 Jahren so gelebt haben und wenn du denen rückblickend eine Message geben könntest wie haben wir es am Ende geschafft wie haben wir das hingekriegt was wären die besten Tipps danke super Frage dranbleiben nicht das große Ding angehen sondern jeden Tag kleine Schritte Körper ganz wichtig nicht zu sehr vergeistigt oder emotional sondern Körper wirklich achte auf die Signale deines Körpers Verkörperung in den Zellen gespeicherte Traumata zu lösen ein Gefühl dafür entwickeln was es bedeutet wirklich verkörpert zu sein alles was damit zusammenhängt auch körperlichen Instinkten zu vertrauen lustvoll zu leben wirklich zu genießen und wirklich dieses Gefühl zu haben das führt dazu mehr in der Welt zu sein das ist ja auch etwas wir trennen uns immer noch wir sind ja die Natur ist schön und wir brauchen wieder mehr Verbindung wir sind Natur diese Vorstellung so da ist Natur und da sind wir nein wir sind wir sind Ergebnis der Natur wir sind hervorgekommen genauso wie Tiere wir sind das und dieses nicht nur kognitiv zu wissen sondern immer mehr wahrzunehmen das ist nichts kognitives das ist auch nicht unbedingt was emotionales das ist eine verkörperte Wahrnehmung also das ist ein ganz wichtiger Strang dann ja was ich schon gesagt habe dieser Austausch dieser physische Kontakt die Vernetzung ganz genau und Humor das ist gut ja sich wichtig nehmen gleichzeitig aber auch nicht zu wichtig ja Balance wiederfinden ja über sich selber lachen können ja und das ja das sind glaube ich jetzt so die Dinge die die kommen danke für die Frage sehr sehr gerne finde ich ja einen wunderbaren Abschluss den du hier geliefert hast möchte dir ganz herzlich danken für das Gespräch und dich noch fragen wo könnte ich die Leute erreichen wenn sie jetzt neugierig geworden sind auf mehr ja auf www magieschule.at da gibt es alles was ich anbiete von Präsenzseminaren aber vor allem eben auch die Online Ausbildung oder Einzelkursen die man erwerben kann es gibt regelmäßig den magischen salon kostenlos immer wieder zum neuen Thema wo man mir Fragen stellen kann austauschen und da sind eben auch Kontaktdaten das ist also auf magieschule.at Ja wunderbar das packen wir nochmal in die Shownotes und dann entlasse ich dich in einen hoffentlich schönen sonnigen Tag und bedanke mich nochmal dass du da warst vielen Dank und die Einladung schon wir haben ja festgestellt es gibt bestimmt noch zwei weitere Themen über die wir auch nochmal quatschen könnten komm doch gerne zurück super bis dann tschüss machs gut Hallo ich hoffe diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung darlässt oder am besten beides bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal